Ja, so nach dem Motto, für die Reichen gegen die Armen und deswegen würde ich sagen, ist Angela Merkel einfach keine gute Politik. Ja, guten Tag! Ich bin der Kai und ich mache heute mein allererstes Let's Play Commentary-Projekt. Wir spielen heute Turrican, ein klassischer Run & Gun 2D-Shooter. Ich glaube, in Amerika nennt man so eine Art Spiele-Plattformer und ja, das Spiel habe ich in meiner Kindheit teilweise jeden Tag gespielt und ich würde euch gerne mal an diesem Schmuckstück dieser Videospielgeschichte teilhaben lassen wollen. Ich melde mich zwischen den Levels und erzähle, was es so Neues gibt und ihr lehnt euch derweil zurück und genießt ein Stück weit Popkultur. I guess, another day, another try! But remember, shoot or die! Ha 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 Other Impul аккуmating Two Spongebob WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Das ist doch cool, oder? Und kommen wir gleich ohne... Oh, ich höre von der Regie. Wir sollen ein bisschen Werbung machen. Gut, wir machen ein bisschen Werbung und dann kommen wir doch gleich zur zweiten Welt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und da war ein großes Ei drin. Das war fast doppelt so groß wie die anderen. Und da habe ich mich ganz arg erschrocken und habe gedacht, oh Gott, das kannst du jetzt nicht essen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kannst du meine Essene Körper aus dem Bildschirm nehmen, du Vore? Kannst du meine Essene Körper aus dem Bildschirm nehmen? Kannst du meine Essene Körper aus dem Bildschirm nehmen? Kannst du meine Essene Körper aus dem Bildschirm nehmen? Kannst du meine Essene Körper aus dem Bildschirm nehmen? Und der erzählt mir doch einer vom Pferd, der immer noch sagt, er sei ein schlechtes Spiel, oder was sagt ihr dazu, weiter zu Level 3. Aber der Liste ist ein kaltender, das so viele, bis ich euch zehnmal ausprobieren, bis ich euch ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem. Ah ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Oh Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020